Das ist bitter, das ist in der Tat bitter. Der hat gut getan, der hat gut getan, der hat gut getan, du warst besser, ich fand ich war auch besser, ich fand ich war auch besser, aber weggeschmissen, ja. Der Blanc legt dem den Ball in den Lauf. Hör ich sofort auf, es gibt keine Musik mehr, es ist so schlimm, das war's, ihr braucht doch keine Emojis mehr, das gebe ich auf, das ist so schlecht, das ist so schlecht dieses Spiel. Ich hoffe, dass der wenigstens noch, also dass für den der Sieg wichtig war. Klipp das bitte einer, klipp das bitte einer, klipp das bitte einer. Was war das für ein Tor? Guck's dir an, ich krieg's so ne Gänsehaut. Ich brauche einen Benja da. Gib mir Benja da. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Juni! Oh mein Gott, Juni! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Ich bin ehrlich, ich hab den am Anfang nur gemacht, weil ich dachte, wenn der einen Verdeigen-Totti kriegt und ich ziehe den untrade, dann brauche ich den. Also ich hätte jetzt einfach Semedo LV und dann können wir uns auch direkt Rats betrunken. Was?! Einer muss ins Team und den Scheiß klippen! Hä?! Moin, wie fah Deutschland, dicker! Ey, Frauel! Ey, dicker Schiri! Ey! Hä?! Und was in die Luft? Der letzte Tor! Der letzte... Der letzte... Was? Was? Was hat... Was? Digger! Ey! Ey! Er liegt 4-0 hinten und drückt mir das gestörteste Tor aller Zeiten! Der hat drauf geschossen, weil ich dachte, es wäre abseits! Gehen wir zur Doppelte, vielleicht liegt da noch ein Mbappé! Oh mein Gott! Ey! Ey! Oh mein Gott! Ey! Oh mein Gott! Ich hab es gecallt, Digger! Und er hat ihn einfach schon untauschbar! Er hat ihn einfach schon untauschbar! Ey! Man kann nicht beschreiben, was hier gerade abgeht, Digger! Superpässe sind das! Was ist das? Woh! Woh! Leute, was war das? Klipp das mal bitte! Wayne STEEL Ahzaa? Ja, walk out! Come on jetzt! In Form, oder? Brasilien! LF! LF! NAYVOR! Die Wette ist schon mal... ...fucking die, Junge. Fertig, Junge! Wie viel ist denn noch wert? Maki, was will ich von mir haben? Ha! NAYVOR! Ich will das doch immer... KunÜ und beschrieben, ihr unterholst! Oh! Da werden schon die... OOOOOOOOOOOon- Neigir three dabei! Wau! Oh mein Gott! Warum stell ich mein Stuhl um? Warum stell ich mein Stuhl um, da Consider Lehche, wenn ich mein Stuhl bei Stelle? Fällt mir der Ball aus der Hand. Ich bin so dumm. Hahaha, oh mein Gott! Der provoziert so! Oh mein Gott! Schick dem Schach! Der rote Mané Digga, ist aus Silber5! Er macht hier nichts. Alter. Leeres Tor. Mann. Er schießt nicht. Boah. Arjen. Robben. Come on. Erster Pick geht auf. Wir haben... Oh mein Gott! Let's go! Ben Yedda! Holy shit! Oh mein Gott! Geil! Fiil Eifel 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 Eif wenn ich dann zu guck Oh, guck's dir an Niko! Ich hab's gerade noch gesagt Oh, da kommt ja ein Ball So ein Ding kann ja mal passieren, Digga Aber was war denn da los? Ah ok, das war nicht mal der gleiche Ui Ich möchte anmerken, dass ich da natürlich überhaupt nix gedrückt habe Aber mal so gar nix Digga, den hat er so schön am Po vorbeigeschoben Ja gut, zu Navas oder so für Rating würde ich mitnehmen Also komm Jägen, Navas Ey Jungs, klipp, klipp So macht man das, so macht man das Mit Ansage Jungs, mit Ansage Ihr müsst ihr ey sagen, den will ich haben Und den holt ihr euch dann Ja, ja Ja Bro, ziel nix, mein ich Bro, wohin? Ziel nix, mein ich Bro, wohin? Ziel nix, mein ich Ey, ich könnte schlafen Ich hab euch gesehen Lol 7000 Kbits auf 4000 Kbits Ne? Ja, das lang an Sie Steff will vor ein Tor start Steff will das Spiel aber start mit einem Elfmeter Aber ich hatte Elfmeter, Bruder Aber ich hatte Elfmeter, Bruder Ich kratz auf, Digga Ich schwöre, wer hat das gesagt Ich geb dir jetzt VIP, Digga Ich geb dir VIP für zwei Wochen, Digga Du bekommst für zwei Wochen VIP für den Call Du bekommst für zwei Wochen